Die Bob gemacht. Ich schmeiß jetzt alles hier rein. Wo kommt der Stone Booker? Ich weiß es nicht. Deine Freundin immer noch da im Zimmer? Nein. Ich hab sie weggeschickt. Achso. Bist ja nett. Wie immer. Hallo? Ja, hallo. Hallo? Was geht's? Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Hallo? So. Kommt man auch durch. Hallo? Hallo, 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 hallo. Finger im Po, Mexico, Priest Updain. Auf Wiedersehen. Lalalalalala. Sag jetzt mal nix. Finger im Po, Mexico, Priest Updain. Was ist das bei Ihnen mal jetzt für mich, was ich gerade sagen wollte? Was? Nix, nix. Was? Nix, nix. Hä, was soll ich denn sagen? Nix, nix, schon gut. Jetzt sag. Nein. Dann sag es mir gleich, okay? Ja, mach ich auch. Ich will das nur nicht in der Aufnahme sagen. Okay, sag es in der Aufnahme. Nein. Ach, du bist feige. Fuck. Das ist was, was keiner mitbraucht. Fuck. Ist das was gegen mich? Ist das nett zu mir? Ist das was gegen mich? Weiß ich nicht, muss schauen. Okay, ist das was gegen mich? Ich hab dich auch gern. Ja, ne? Nein. Jetzt hab ich den meiner abgebaut. Einfach so. Egal. Ah, da läuft jetzt Energie durch. Schwul. Flashes. Schwul. Nein. Ne? Ne. Das wüsste ich. In manchen Fällen dann. Ja. 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 Verreck. Mach ich nicht. Trrrrrr. Jetpack. Ich weiß ja auch mal freiräumen, dass man hier auch reinkommt. Jetpack. Ich hab mal ein Energielager. Du weißt doch noch, der unterirdische Dungeon, der da war. Ja. Den ich ganz freizügig abgebaut hab, obwohl ich doch nur noch diesen länglichen Raum hab. Ja. Ein Energielager rein. Oh, er hat ihn. Seht euch das mal an. Er hat ein Energielager. Fick dich vielleicht. Ein Energielager. Ähm. Soll ich dir mal was sagen? Ich hab nur 8 Ultimate Hybrid Solarpanel grad mal wieder abgebaut. Oh. Ähm. Ich glaub, die lege ich jetzt einfach hier mit dran. Der Pulverweiser. Der Pulverweiser. Hab ich auch noch nicht gecraftet. So. Das sind neue Advanced Dinger. Ähm. Advanced. 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 Ich hab zu viel Goldverbruch grad echt. Soll ich dir Gold geben? Ich hab noch was. Wenn du kein Gold hast, dann geh doch zu Briefgold. Ja, ist klar, Flash, ehrlich. Ähm. Wollen sie Gold los werden? Für alle brauchte man doch diesen Machine Frame, ne? Was? Für alle brauchte man doch Machine Frame, ne? Japp, richtig. Genau. Sie haben's gut kombiniert, Sherlock. Danke, Holmes. Ach ja. Mit Flash wird das nie langweilig. Nein. Sagen viele schon zu mir. Ich hab auch so ne Ader, die... Mh. So ein bisschen verrückt ist. Ach. Ich hab das auch ja noch gar nicht gemerkt. Nein. Nö, nö. Ach ja. Ach nee. Ich wollte jetzt irgendwas, was singen wir denn heute? Sag mal, was nehmen wir heute? Nein, lass das. Okay, äh. Also ich brauch den Pulver Riser, ich brauch den Magma Crucible und den Smeltery, ne? Und? Und den Liquid Transposer. Ja, genau, den Ducts und Smelter. Wie ist das? Den du zusätzlichen? Den Ducts und Smelter reicht? Ne, den Ducts und Smelter musst du doch das Harden Glas machen. Ach hier, wie heißt er denn? Dieses Smelter da. Und Schmelter? Ja, dieses Smelter, ich weiß welch nochmal. Den Ducts und Smelter, sag ich doch. Mensch, das ist anders als ein Ducts und Smelter, das ist für ein Arze. Ja, das ist was, ja? Ja. Also ein Ducts und Smelter musst du ja dieses Obsidian und, also Pulverweiß Obsidian und Pulverweiß Glit zusammenpacken. Ja, ich weiß. Zusammen. Oh, wir beide zusammen heute. Oh ja. Das ist das Ding. Bad Bounce. LV Transformer. Ja. Das ist YouTube Money. Dachsens Smelter. Smelter. Braucht auch ein Redstone Dingster Boomster. Tim Melzer? Ne, das ist er nicht. Ja, du bist ja auch. Magma. Tim Melzer ist es jetzt nicht unbedingt. Magma Crossover braucht auch ein Redstone Dingster Boomster. Das brauchen wir wohl. So, das habe ich, das habe ich. Ach so, ich habe noch so diese Pipes. Ja. Die Miene Pieps. Eins, zwei, drei, vier. Zwei Duels. Natürlich habe ich jetzt keinen Redstone bei mir. Ja, ist klar. Ach. Gönn dir doch. Ich habe ja noch was. Und wenn, Redstone konnte man auch mit Jugo machen, ne? Ja, dadurch Jugo Matter. Was ich mich schön bei dir gekannt habe wieder. Ja. So, es ist wieder Dunkel. Wenn das Ding aufüber läuft, ist weg gerade. Stalltanks, genau. Da war ich jetzt noch stehen geblieben. Yeah. Stalltanks. Stalltanks. Ne, geht jetzt weiter. Und zwar, wie heißt er denn? Nicht Walzmaschine, sondern Rolling. Rolling, rolling, rolling. Das ist der Walzer. Keep rolling. Tanz den Walzerflash. Tanz den Walzerflash. Ja, den könnte ich, wenn ich wollte. Aha. Aha. Ja, also man muss im Dreieck tanzen, okay? Ja, mir egal. Nur auch damit du es verstehst, dass bei einem Walzer ein Dreieck getanzt wird. Ja? Ja. Mir egal. Wie dir egal? Hallo, sowas muss man lernen. Das kann dir nicht egal sein. Die Frau deines Lebens möchte vielleicht auch Walzer tanzen mit dir. Deine Freundin wollte das bestimmt mit dir machen, ne? Ich hasse Tanzkurse. Halt die Fresse. Ach ja. Halt einfach dein Maul jetzt. Okay. Mich find's lustig. Dann kannst du es ja gerne machen. Erst linkes Bein, dann rechtes Bein. Oder wie auch immer. Ach, irgendwann merkst du es nicht mehr mit dem Koppe, sonst kannst du. Ach ja. Netherbricks braucht dich ja. Stimmt, ja. Netherbricks. Fonnte man die sich jetzt nicht eigentlich schon brennen, oder war das noch nicht? Also Netherbricks zu Netherbricks, Ben. Ja. Du kannst aber auch zu mir hier kommen, dann bekommst du welche. Ach. Ich kann mir das ganz schön dann selber machen. Okay, wenn du so meinst, dann gönn dir das doch. Ja. Gönn dir. Hey, der Ringe, Gandalf, gönn dir. Ja, das ist lauflich. Gönn dir. Das ist so'n Taschschaden. Oh mein Gott. Aber du bist so dämlich ehrlich. Nein. I'm sexy in the know it. Ich dachte, du wärst so'n scheiß Creeper. Hm, das ist die Musik im Hintergrund. Boi. Machst du immer so. Dann flieg ich hoch und seh, dass da ein Creeper grad ist. Der hat jetzt so in so'n Flug so, Nein, ich werd' dich noch kriegen. Und vor deinen Füßen so fällt er um und dann brrrr. Ja und, wenn juckt's? Wen juckt's? Siehst du? Obwohl mein Fuß juckt gerade. Ich find's nur lustig. Was? Was du dämlich bist. Hä? Ich bin nicht dämlich. Ich bin nur anders. Ach. Er ist glaubt. Night Fieber, Night Fieber. Night Fieber. Deleted, deleted. I'm gonna Night Fieber, Night Fieber. So, das Ding hab ich jetzt auch. Ich muss jetzt Stahlplatten machen. Psst, ey, du. Hey, du. Nein, du. Willst du ein O kaufen? Ein O. Nein, du Kuh. Ja, ein O. So rundlich, so förmlich. Sehr rund wie ein O. Keine Null. Ein O, was? Ja, ich weiß, ich bin schon ein bisschen so. In drei Minuten haben wir noch eine Stunde aufgenommen. Dann haben wir eine Stunde, 13 Minuten. Oh mein Gott. Nur weil du selber stoppen musst, unbedingt. Na egal. Ach ja. Flasch ist doof. Eine Stunde sind vier Folgen, ne? Kann sein. Und hoffentlich ist die Musik jetzt nicht zu laut, weil die ganz schön laut bei mir in den Ohren ist. Ja, das Problem ist, ich müsste ja gleich... Mh... Mh... Können wir in den Po stecken? Nein. Aber ich müsste gleich. Doch. Äh... Boah, was? Boah, was bei mir? Ja. 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 Der Po über Reiser. Was? Ja, aber da hat keine Textur mehr bei mir. Ich hab Textur. Ich brauch einen scheiß Pisten noch dazu. Habe ich einen ganzen Stack von. Ich hab Pisten. Pisten. Pisten musst du? Du musst Pisten. Natürlich hab ich nicht alles da für ein Inventar. Dein Schnüppel nicht bei mir. Bei dir? Nö, nicht bei mir. Äh... Ich seh sie nicht. Boah, ist mal das ganze Holz wieder so. Meine Fris. Können wir mal eben gleich schlafen gehen? Willst du? Ja. Ja. Also ich würde jetzt mit ihm gern schlafen gehen. Liege. Ja. Dein Schnüppel nicht bei mir. Ich lege auch. Safety World, Safety World. Ja. Mehr steht er auch nicht. Er ist der Lizard, Mann. Ah. Der Lizard. Tö. Dö, dö, dö. Jetzt hätten wir schon nur die Turn aufmachen. Toll. Das ist ein Scheiß. Hey? Äh, lalala. Okay, jetzt sind das. haha eindeutig okay ja alles gut wo du drauf du dich einlässt mir ja leider ne wusste ich leider anfangs nicht und jetzt bereue ich schon wie ich kann das ich muss das in diese andere kapseln reinfüllen ich die stelle ich sammle diese ganzen scheiß die ganze bei mir auch rein werfen wenn du in das haupthaus reinkommt links ist so eine truhe gewesen die ja truhe einfach einschmeißen ja ja und recyceln geht auf den schnellen recycler auf den der wirklich report ist um und dann habe ich die melodie von harvies ich glaube oder von händler jetzt brauche ich den smelter oder 18 brauche ich jetzt sind smelter sin 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 war ein geld habe ich das überhaupt dann haben wir eine stunde jetzt eigentlich schon ein bisschen ach da habe ich ja noch kein geld aber ich habe kein in mein geld das habe ich kann es ja selber machen oder habe ich es doch da sie ist nicht so teuer lika habe ich doch durch die smelter ja siehst du mal ja aber trotzdem braucht den smelter ja hinten war die king das dann keine ahnung ferros oder silber silber und ferros an die silber und gold war elektron ja wie mache ich das wer ist wer ist inget und ich glaube davon habe ich auch nichts ich gucke mal eben wobei weiß ich bin und dann kriegt man das da raus in war habe ich noch 118 in dem haus dankeschön naja kein problem ich helfe dir gerne es glaubt manchmal wenn du dass du Dachst du immer gerne? Nein. Hier kannst du jählen, aber dieses Öl, ne? Okay. Sie haben nur 8 Minuten. Ja, cool. Die nächsten 60. So, jetzt habe ich die 3 Dinger. Oh mein Gott. 3? Ne, 4. Kannst du sagen. Trotzdem kann ich die noch nicht antreiben. Nee. Ja, es gehört Strom richtig. Ich könnte, ähm, warte mal. Engine... Könnt die... Glaub, die kommen jetzt im Engine's Name dafür. Ich habe wie gesagt, äh... Ne, die Sterling Engines, die mit Kohle befeuert werden. Na gut, ich habe da einfach dieses Konsumerzeug gebaut, ne? Ja, habe ich ja. Ach, ich bin schon voll. Du bist immer voll. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ich habe jetzt gerade so Tagträumer gehabt. So, weißt du, so guckst du in die Luft, drehst dich im Kreis, machst das Öl fertig, aber war schon fertig. Ja. Ja. Bist immer voll. Nein. Weg. Nein. Oh, doch. Oh nein. Oh nein. Obwohl die sind durch... Wie konnte ich mir die Spitzhacke abbauen, ne? Was? Ja. Ne, ist schon gut. Ab schon. Ach, ne, ist ja oben. Okay. Zack. Zack. Wenn du, äh... Keinen Miniums-Zorn verbrauchen willst, ne, und du brauchst Eisen, dann machst du Eisen zu Gold bei mir, ne? Weil du es möchtest. Ja, ja. Ach, die... Die, wie heißen sie? Die Induktions-Föhnisse gehen doch eigentlich an, wenn ich dann den Hebel aktiviere und wenn der Strom aktiviert ist. Also nicht. Hä? Weiß ich nicht. Der kriegt doch den Strom, da... Wird ihr mich verarschen? Ja. Ganz schön aber. Hm, hm, hm. Punkt rot rein, den Punkt... Irgendwas passt hier nicht. Muss das immer einen Punkt rot rein oder einen Punkt rot raus? Weiß sie nicht. Warte mal. Es muss immer den rote Punkt rein. Oder? Ja, klar. Ja. Der Flash ist so doof. Der rote Punkt, da kommt der Strom hin. Der Flash ist so doof. Nein. Oh. Genau. Yay. Cool. Hab ich rausgekommen. Yeah. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's wieder. Jetzt könnt ihr wieder auf 100% hochheizen, die Dinger. Mh. Haben wir den auch. Ähm. Red. Mh. Son Energy Conduction. Harn Glas. Ach ja. Lead Inget und Pulver Weisen Obsidian, ne? Ja. So. Was kann das hier hin? Das und das. Ähm. Opsi. Hab ich irgendwo Opsi, Opsi? Opsi, Schwoppsi. Opsi, Schwoppsi. Opsi, Schwoppsi. Opsi, Schwoppsi. Aldi, wir haben nur noch 4 Minuten. Oh, ich weiß. Werd ich nicht wirklich fertig damit. Na, werd ich auch nicht mit allem. Bist ja nicht der Einzigste. Ach, da hab ich auch noch mal 24 Opsi. Ja, siehst du. Guck mal an. Der Herr, der feine Herr, der... Ja. Mhm. Boah, jetzt ging schon wieder die Truhen. Da ist Stil. Was machst du? Mich? Du brauchst auf die Ideanart. Nö, ich benutze halt, ja. Man will kein Hottime folgerweise benutzen. Mach das. Mach das. Hier sind noch mal Mining Pipes. So. Ach ja, das war ja, dass das nicht wirklich schnell ist, das Ding, ne? Ja, genau da ist der Nachteil. So, ich brauch Glas-Panels. Ach, das landet gleich in der Truhe daneben? Ja. Aha. Und ich brauch... Ventile, wie gehen die denn? Ach so, aaah, okay. Ventile? Ventile! Wow. Hm. Muss ich dieses Lied eigentlich wirklich Pulverweisen dafür? Ja, ich glaube schon. Kannst du ja mal nachgucken. Ich meine, ja. Hm. Oder Barren und das Pulverweise Obsidian, weil Obsidian geht ja nicht in Barren. Hm. 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 Hast du keinen... Melzer? Doch, der ist hier in der Ecke, aber der hat keinen Strom mehr. Oh, toll. Wer war's denn? Brauch ich ja grad nicht mehr. Ja, ja. Ja, ja. Ach komm. Das hat nichts Falsches. Heul! Heul doch. Heul doch. Nein, nein. Nicht. Nein, nein. Ich bin ja nicht du. Haha. Nein, weinen muss ich jetzt nicht mehr. Nee. Nein. Nur weil ich schwarz bin. So. Nur weil ich schwarz bin. Jetzt hast du's. Jetzt hast du's. Nur weil ich schwarz bin. Mhm. Mhm. Cool. Wie cool jetzt, hä? Weiß er nicht. Ach ja. Der Flash ist doof. Nein, das bezeugt erstmal. Nanananan. Der Flash, der Flash, der Flash, der Flash, der Flash, der Flash, der Flash. Der Flash, der Flash. Der Flash ist der geilste Mensch. So, Centos. Aber ich muss dich leider jetzt unterbrechen. Ja. Und diese Aufnahme. Ja, gut Leute. Dann würden wir auch sagen. Dann bis zum nächsten Mal bei einem Bekloppenprojekt. Ciao, ciao. Tschüss.